hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge hierbei die ghost ist wieder angesagt abschluss bestätigt habe ich mal so spontan entschieden spontan wie ich bin habe ich so entschieden und ja wie ich sehe mal gucken noch mal jetzt findest du lobbies ja freit ist besser als stoneheaven das haben wir schon mal im ja montag gesehen also montag wo ich es hochgeladen habe ja ich vergessen habe ist euch ein frohes neues zu wünschen ist ein bisschen her ich weiß aber trotzdem ja lieber lieber zu spät als nie ja heißt also ich denke schon ist egal es ist es war es war cool ja es war ziemlich geil wisst ihr ja dass wir keine dass wir auch keine videos hochgeladen haben und ja für dieses jahr haben wir habe ich habe ich mich habe ich mich entschieden hey du wirst das so machen dass wir die 100 abonnenten erreichen und das ist wirklich mein ziel dieses jahr es sind so ungefähr 30 abonnenten noch zu machen ist zwar nicht viel aber also wir haben schon 71 abonnenten da ich freue ich freue mich tierisch wirklich weil ich habe es ehrlich nicht gerechnet ist das kamen plötzlich 30 abonnenten im monat es hört sich wenig an ja im gegensatz zu anderen youtube ja ist es ziemlich wenig ja ist es aber für mich ist es schon mal ein schritt nach vorn ja ja wie schon gesagt also dieses jahr würde ich mal sagen ist ein neuer pc fällig weil ich brauche dass wir mal auf den neuesten stand sind und nicht nur hier die abgefuckten games spielen aber ich bin erster das ist ja mal was ganz neues lol ich hab dich gesehen man ich hab dich gesehen ich hab dich auch im auge was da los mit mir so ist jemand ich kann ich ja hier rein mal gucken ob jemand ist so lassen wir hier so wenn alles jemand verarschen eigentlich doch so mal gucken hier in diesem gebäude mal gucken ob jemand ist ich muss ey willst du mich farschen eigentlich ich nimm ja ja komm verpiss dich alter wirf okay ey das ist ne ar-drohne ja vulture das ist ne vulture das ding hab ich das erste mal vielleicht das ding fliegen oder kannst du wegfliegen willst du mich verarschen halleloo ach das also es wird über mich so schwimmen okay dann dann bin ich eher draußen und nicht drinnen ist besser für die vulture vulture gestorben nennt was ähm what the fuck was geht mit dem teil alter vulture los mein kleines täglichen los mach es papa gemütlich net was kannst du mal dankeschön oh da ist jemand und da ist auch jemand jungen alter diese wulsche ist ja richtig geil ohne scheiß vulture zerstört das ist nicht gut ich denke er hat das gesagt ne ich hab nicht so gemacht ähm naja ne das geht echt gut ab eigentlich muss man die marke aufhören ich bin verarschen so 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 hotliner kann man die tür öffnen nicht nein 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 bis binet das war mein fehler war mein fehler war mein fehler ja mein aim nicht seiner mein aim ey da oben ist der doch da wie bin das nein du hast mich nicht gesehen wenn du rein kommst dann los dann komm rein nein ach das sind so zwei leute weißt du chillen sich ein und ich bin tot ich hab mein munitions ach so ich dachte schon ich hab da munitions gesehen weil ich höre so du 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 ganz selbst keiner weiß was ist also von von meinem mitspieler ein bisschen strange ist das schon ne toleration hat eine menge weißt ok ich versuch's grad zu analysieren aber ich ich krieg's nicht hin ich bin tot weil der typ entlang mir ist alter ohne witz meine fresse na gut bei uns gebäude ok ich weiß immer noch nicht wo die die sein sind also daher könnte mich mal am abschluss bestätigt abschluss bestätigt ich hab den gesehen aber ich wusste nicht dass der snipe macht der snipe auf dieser map ist eigentlich nicht so verkehrt würde ich mal sagen aber manchmal nicht ja manchmal fick dich 24 9 Alter komm mit diesem team mit diesem team alter ja mit diesem team sollte man nicht so sein man sollte besser sein einfach mal hinlegen jemand kommt schon sag ich doch gibt es noch sowas wie Spawn ich will immer Spawn sagen gibt es sowas wie Spawn Schutz noch gibt es sowas weil manchmal denke ich mir echt ja es gibt immer noch sowas ist eigentlich ziemlich scheiße ich geh mal her was tut du musst immer hier ist im auge haben weil da hocken immer welche ich wusste es einfach alter ja abschluss bestätigt ok sorry sorry ok aber 25 11 ist für mich gut ja ist für mich sehr gut 2 akd schaffe ich schon mal wenn ich so 2 3 games so ja toller hund lauf wohin du willst gut leute das war es mit dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen also gefallen ähm naja naja gut ähm ja das war es mit dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen und tschüss gins bis zum nächsten mal peace